Für 2018 wünsche ich mir auf jeden Fall Siege, damit wir in der Tabelle vielleicht noch ein bisschen nach oben gehen können, je nachdem wie die anderen Mannschaften dann noch spielen und eine Menge Spaß im Tollhaus der Liga auf jeden Fall. Ich wünsche mir auf jeden Fall viele geile Spiele in unserem Tollhaus und dass wir auf jeden Fall auch wieder auswärts mehr Punkte holen, wie wir es bisher getan haben. Auf jeden Fall Verletzungsfreiheit und mehr Punkte. Also ich wünsche mir fürs neue Jahr, dass unser lieber Johannes Elsässer ein paar mehr Bälle abwehrt, dann steht die Halle auch wieder ein bisschen im Kopf. Ich wünsche mir fürs neue Jahr, dass wir alle endlich gesund bleiben, als Mannschaft zusammen stehen und ein paar mehr Spiele gewinnen. Grüße von Kelsey Wann und Ja